Wer sagt, yo, bis ich weg... Boah, keine Ahnung, ich schwore, ich wärste doch nicht. Ich hab zwei Ideen. Ja, sehr gut. Jo. Tatsächlich. Herr Kopf. 66 Spieler, nice. Was? 66 Spieler. Ach so, okay, sehr gut. Unten? Ich geh unten rein. Ich glaube, neben mir war einer, auf jeden Fall mehrere. Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Der ist noch nicht mehr gelandet und ich schlag ihn schon. Wow, was ist denn da los? Und er gibt mir die Piste... Okay, ich warte mal kurz. Sie sind schon unten bei mir. Ich hab den zweimal geschlagen, er hat nur Schildplay bekommen. Er schießt mir zweimal in den Kopf, ich bin tot. Ah, ja. Ja. Danke. Hat das einer? Nein, jetzt werden die Muni alle. Na ja, gut. Ich geh mal hier hin, wo wir eine Waffe und dann... Nein. Nein. Oh, ey. Ich wurde schon auf jeden Fall gut geschossen. Ich komm wieder rein. Gut, wo soll ich denn hin jetzt? Bei David ist scheiße. Hier kannst du noch. Hallo Muni, Kiste. Ey, das gibt's nicht. Dann geh ich erstmal zum Killer. Zack. Erst Geld, ne? Du hast noch eine Miniekiste? Ja, warte. Geh, du willst doch mal abfacken, Alter. Hier kommen Leute. Die haben sich Loadout gerade geholt hier. Ja. 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 Da sind sie. Ein K.O. Ich komm mal zu dir. Das ist ein ganzes Team, das darf ich nicht. Achso, du landest jetzt hier, David. Ach, scheiße. Hier ist eine Schrotflinte noch. Schrotflinte lokalisiert. Meine Fresse, lad doch! Da kommt der hässlichen Pumpkin auch noch dran, Alter. Genau vor dir, David. Ja, wir kommen zu dir. Junge, ich hab tausend Schaden gemacht und es ist keiner von den gestorben. Ja. Das kennt David auch. Ach, du... Ey, ich rufmesser hier. Die waren da vorne halt. Da bei der Kiste. Wir werden gerade von einem anderen Team. Ist das ein anderes Team gekommen? Wir werden von einem anderen Team geprüft. Okay. Fack die mal ein bisschen ab. Ah, einer wurde abgeknallt. Guckuck, du Arschloch. Wird der ja gerne mitmachen. Alles gut. Ich will den noch ein bisschen abfacken. Ja, das ist gut. Da ist einer. Ich bin mal hier mit drin. Ich komm natürlich hinter mir. Also das ist meine Runde jetzt hier. Das ist meine Runde. Ja, meine auch. Ich flüchte jetzt erstmal. Die pushen mich gleich. Ich hab' ja fast noch gehabt, ey. Ah! Du Bastard. An Frankland kriege auch nichts. Meine Güte, ey. Voll massakriert, ey. Ach, Scheiße. Ja. Sie sind alle am Haber noch. Was? Ich kann noch Platten geben. Komm mal oben zu mir. Ich hab' Platten. Hier leg' ne Rutsche weg. Kann man bei euch landen? Mach's jetzt einfach. Ja. Ja. Ja, ja. Hier liegen auch noch Waffen, ne? Hier liegen noch Platten. Ich hab' gut gefunden. Hier liegen auch noch Waffen. Die Kieber. Wer will ne Grau? Wer will ne Fallen? Ja, egal. Alles besser als was ich hier habe. Ja, nehm' nur die Fanker. Oh ja, Grau. Ich hab' mich nehm' die Grau. Nee. Die Straßenkläger. Wollen wir noch mal tauschen? Willst du die Grau haben? Nee, nee. Alles gut. Dann behalte ich so. Dann behalte ich so. Dann behalte ich so. Der ist Straßenkläger. Dann nehm' ich den noch mit. Gut. Ist eigentlich auch nie verkehrt. Ja, die sind hier weg. Die sind hier weg. Oder die haben Geist. Die sind hier wahrscheinlich eher weg. Also hoffe ich tatsächlich. Ey, Loadout geholt gerade hier. Nein, nein. Es war eine Rauchgranate. Es war eine Rauchgranate. Es war eine Rauchgranate. Ach, war eine Rauchgranate. Okay. Ich verwechsel das immer wieder. Am Loadout kommt immer so ein anderes Geräusch. Äh, irgendwie. Ich verwechsel das jedes Mal, ey. 26 Meter Richtung 207. 207. Okay, da unten. Da unten läuft der. HKO. Bei Harbour sind noch weiter. Bei Harbour, bei Harbour. Links. Da hinten noch. Er ist tot? Ja. Alle bei Harbour unten in dem Häuschen drin. Oh Gott, diese Grau, ey. Ich kann mit der nicht mehr spielen, ey. Echt nicht? Hier ist ne FFR, Robert. Ja, machen wir. Gib mir die. Oder willst ne XM4. So, zack. Danke. Äh, David hat schon genommen. Perfekt, aber wir haben schon Netze. XM4 ist richtig scheiße, Alter. Ich kann mal so ne Wache packen. Oh, hier. Ich hab hier einen Shield-Track. Runden an der grünen Tür. Auffassen, ob sich was rühren. XM4 ist richtig, richtig. Prison, glaub ich, wird gesnipert. Ja, Prison auch, da oben. Da kommt einer. Einer gelandet. Einer gelandet. Einer gelandet. Die werden hier vorne an der grünen Tür wahrscheinlich gleich zum Loadout nochmal gehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, da ist er gerade. Ah, verdammt. Da landet er. Shield-Break. Ah, scheiße. Das war entkommen, die Sau. Hab ich nicht gesehen. Ich hab meine Muni nach hinten unten. Okay. Na gut, noch sind wir hier drin. Da ganz hinten. Feind gesichtet. Für mich hab ich nichts zu klären. Ah. FFR. Bringt mir da auch nix. Wir sind hier tatsächlich nur drinnen. Wir sind nur drinnen da. Sehr gut. Wir geben hier abklappen, oder? Oh, Schussverkauf. Kommen wir nicht zum Shop. Ach, der Shop ist... Ach, Fick. Ich hab meine Selbstwertung. Aber was wir machen können, vielleicht noch den Auftrag hier mitnehmen? Komm, ich mach's auch. Egal. Oh, die Kiste ist ja super. Schaffst du locker, Robert, mit der Selbstwiederbelebung gehst du übrigens mit der Zone. Kannst du ruhig machen. Werfen Granate! Ach so. Wie... Wie lange ist denn das noch? Ist das nicht. Ah, choppig. Noch fünf Sekunden. Ach. 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 Hä. Aber ich will auch nicht auf den letzten Drücker hoch gehen. Ah, dann lass doch schon mal, dann lass doch schon mal hier hoch. Ich war zu dem Haber, der Zigeuner da unten. Äh, oben bei Prison. Ein Live-Mark, aber auf dem Dach, da auf dem Vordach. Kann sein, dass er runter gesprungen ist. Der steht da noch, ich seh ihn. Jetzt ist er wieder weg. Ah, wenn nicht, musst du nur runterlocken mit dem Prezi. Auf dem Prison-Dach ist ein Sniper weiter hinten, hat mich gut erwischt. Ja, ich hab deinen Rücken. Ja, am Shop, direkt am Shop, direkt am Shop. Der sitzt neben dem Shop. K.O. Nice. Hier oben auf dem Dach sind sie immer noch. Ich brauch eine andere MP, Alter. Der wollte mich. Zählen mir ist es besser. Oh, hier sind eine, glaub ich. Au. Ach, ich werd gejagt. Ach, scheiße. Ja, wir sind hier über uns. Ich hör die Steps, direkt neben mir. Ja, da oben ist der Dach. Dann dann da einer. Passt ein K.O. Shit-Track. Ja. 34,3 Meter, zwei Pings, genau in dem Haus, genau. Einen hab ich hier. Aber die sind hier oben nicht. Sitzt einfach hier oben im Turm. He. 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 Da oben. Da springt einer. Er hat's echt noch geschafft, den wiederzuholen. Ich hab noch 25 Schuss. Oben am Prison? Oben. Oben am Prison. Da an dem Fenster. Und an dem Fenster. Er guckt raus. Pass auf. Wenn ihr könnt, kommt hier hoch zu mir. Mit einem kleinen Tümmchen. Ich habe gerade hier noch kurz. Ich glaube, hier kommen nämlich noch ein paar Leute raus. Mhm. Ich meine ja gleich. Von hier. Ja, alles gut. Ist gut zu wissen. Ich bin hier so gefickt, ey. Ich bin tot. Egal. Einer ist. Einer ist runtergesprungen. Und der zeigt, der springt da runter. Ach, da bist du. Leider unter dem Dach. Die waren doch mal im Shop dran. Ich habe nur genug Geld. Boah, hier. Fuck. Scheiße, nochmal zum Shop, ey. Das wäre natürlich... Oh, je, 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 je. Geil. Ja, das war ein Deutscher. Hä? Was? Ne, er hat dich nochmal geholt. Du kommst nochmal rein. Wehe, du machst jetzt scheiße. Auf jeden Fall. Geil, aber kein Druck, denke ich mal. Da war das Druck, Junge. Wehe, du machst scheiße. Da oben war einer, rechts, genau. Ja, sehr gut. Wo war'n der? Ne, bei Killer. Nicht bei dir, ich guck grad Killer zu. Ja, der ist unten, in den Grouch House. Ja, der ist runtergerannt. Wir sind so weit raus. Wir müssen hier weg. Oh, sauber. Einer noch. Da läuft er. Da läuft er. Links kommt er. Jetzt das schnappen hier. Er kommt runtergesprungen. Nein, kein Mutti. Nein! 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 Oh Mann, ey. Nein! Nein! Oh, das gibt's nicht. Oh nein! Wie viel Glück hat er gehabt, ey, als er die Leiter hochgeklettert ist. Krass. Na gut, ey. Nein, ey. Das war mies. Das war echt mies. Ah. Scheiße. 노 Fisch. 0 Auto. Oh Mann. Sobald die Glouch.